Oder wenn das eine Höhle ist, nein, es ist natürlich nur eine Verbindung von oben nach unten. Na dann, müssen wir uns wohl in den Dschungel begeben. Glücklicherweise habe ich mir die Koordinaten ja aufgeschrieben von unserem Heimatort, von unserem Heimatplätzchen von dahoam. Und dann können wir da ganz einfach wieder hinfinden. Denn die schlimmste Sache in Minecraft ist ja tatsächlich die Orientierung ohne Kompass. Wenn man keinen Kompass dabei hat in Minecraft, dann ist man wirklich aufgeschmissen. Und solange wir keinen Kompass haben, möchten wir, also ich wollte jetzt sagen müssen wir, aber ich möchte eigentlich dann mit den Koordinaten zu unserem Heimatörtchen arbeiten, anstatt mich hier nur im kleinen Umkreis zu bewegen, um dann immer wieder nach Hause zu finden. Ja, überall diese Geräusche, das ist, wird man wirklich noch verrückt. Ich sag's euch, Minecraft-Spieler, die dieses Spiel länger spielen, die können nur nervenkrank werden. Komme ich jetzt hier hoch, hallo? 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 Ach. Auch weg. So. Aber ich tippe, ähm, hier werden wir wahrscheinlich auch nicht fündig, was so Höhlen angeht. Autsch. Bricht man sich auch immer nur die Knochen hier bei dem Minecraft-Spielen. Ah, und es fängt dann auch noch an zu regnen, was ja, äh, total, total großartig ist. Vor allem für die Übersicht und auch für die Framerate. Boah. Boah, gut getan, mein Freund. Jetzt mal. Immer wenn ich hochspringe und eben Jump-Hit... Boah, ach du Scheiße. Hört die Spinner denn wie... Boah, das ist er. Der will mich dann auch noch da runterschießen und der andere dann auch noch gleich. Ist ja allerliebst. Der da hinten auch. Hepp, ciao. So. Kleinigkeit essen und dann werden wir uns eindeutig... Ach, eindeutig. Meine Güte. Eindeutig auch mal da runtergraben. Solange uns von oben nichts runtersprengt oder so, dann ist das ja alles noch nett und freundlich und so. Aber ich denke, man sollte sich erst auch mal nochmal einen Überblick verschaffen. Oder einfach runtergraben. Boah, das macht mich jetzt aber irgendwie verrückt. Gucken. Boah, wie es da runter geht. Was ist das denn? Ist ja unglaublich. Ja, das hätte ich nicht machen dürfen. Ach Gott. Ja, das sind so die kleinen Fehler des Minecraft-Spielers. Die einen dann relativ schnell den Tod bringen können. Gut. Ja, und wenn wir schon mal dabei sind, über Let's Plays wie eben zu reden, wollte ich auch mal rumfragen. Ich weiß ja nicht, die Minecraft-Let's Plays sehen ja auch nicht viele, beziehungsweise auch nicht alle meiner Abonnenten. Es scheint mir so, dass ich alle meine Abonnenten irgendwie nur für den FSX gewinnen kann. Was ich ja irgendwie so gar nicht nachvollziehen kann. Denn der FSX, der wird ja eigentlich... Boah, du Schiete. Wird ja eigentlich nur durch gutes Commentary auch gut. Was ich ja dann bei mir irgendwie nicht immer so nachvollziehen kann bei dem Gebrabbel, was ich ab und an hier wirklich mal raushaue. Naja gut, aber ich wollte mal fragen, so die Leute, die auch Minecraft gucken, weiß ja nicht, wie viele da von den anderen und welche da noch anderer Meinung sind und whatever. Ich habe CSS ja noch irgendwo installiert, ihr wisst ja. Soll ich da runterspringen? Nein. Und ich spiele ja auch ab und an mal PCWs. Eurer Meinung nach, soll ich mal ein paar aufnehmen? Mal so gucken, ob das so interessant ist oder... Weiß nicht, ich kann das so gar nicht einschätzen. Ich tippe aber, das wird nicht unbedingt sehr interessant, aber lasst es mich mal wissen. Boah, einfach diese Lavawand macht mich noch verrückt hier. Ich habe doch hier eben Eisen rumgangeln gesehen. Wo ist es denn? Da unten. Naja, dann. Da oben ist auch noch, aber das werden wir wahrscheinlich auf die Schnelle nicht finden. Wir sind natürlich ohne Rüstung losgezogen, denn ich wollte das Eisen, was wir jetzt noch in Anführungszeichen zu Hause haben. Ich höre Schritte. Das waren meine eigenen. Das ist einfach dunkel. Todesdunkel. Ich kann nicht scrollen. Jetzt werfe ich dir ein Stück Fleisch. Ne. Ne, 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 ne. Ihr merkt das, wie unnötig das ist, wenn man nicht ordentlich scrollen kann. Das ist einfach nur blöd. Richtig blöd. Na gut, wenn ich das Ganze hier schnell gerendert bekomme, kann ich das auch endlich mal hochladen, damit ich endlich wieder mal ein paar Folgen habe, die ich hier vorproduziert habe. Denn ich laufe hier immer auch out of, out of folgen, out of let's play folgen, denn ich werde, ich let's play ja nicht jeden Tag, es gibt ja Leute, die let's playen, jeden Tag so eine Folge. Aber das kann ich ja nicht machen, denn ich habe ja auch noch irgendwie so ein bisschen Verpflichtungen in meinem Clan und so ein Zeugs. Hallo, da hinten irgendjemand? Hallo. Hallo. Naja, gut. Oh, ich kann mich so gar nicht irgendwie so an die Framerate hier gewöhnen. Die ist so niedrig. Also Minecraft läuft auf meinem PC einfach nicht, weil Minecraft einfach so verdammt anspruchsvoll ist. Einfach eine 200-Euro-Grafikkarte, viel zu schlecht für dieses Spiel ist. Aber es ist natürlich positiv zu bewerten. Durchaus, durchaus, ne? So. Ganz schön dunkel hier drin. Upsa. Rechts. Links. Rechts. Geradeaus. Nein, erstmal nur ein bisschen das Eisen mitnehmen. Boah, jetzt habe ich mich mal ordentlich hier heiser gequatscht schon, denn ich habe das gar nicht mehr so drauf. Auf Dauer, ähm, so betont und, ähm, Let's Play mäßig zu reden. Da habe ich schon wieder Halsschmerzen. Das kannst du doch nicht machen. Das geht doch gar nicht. Na gut. Aber ich mache ja auch immer sehr, sehr kurze Aufnahmesessions und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Daher denke ich, wer... Huch. Gehe ich aber jetzt einfach nur noch ein paar Meter in die Höhle. Werde mich dann wahrscheinlich mit, äh, Counter-Strike oder Battlefront noch weiter ein bisschen vergnügen. Ach, hi, was geht ab? Na, süßer. Na, komm mal ran. Ach, du bist ein süßer. Idiot. Ähm. Na, klein, grün und dumm. So könnte man Creeper einfach nur beschreiben. Einfach nur so nervig. Oh, ne, das ist immer so blöd, wenn man nach oben gucken muss und Sachen abbaut. Na, komm schon. Ach. Mit der Bildrate kann ich mich wirklich nicht anfreunden, denn irgendwie so... Das ist so ein bisschen laggy. Yo, hi. Scroll, scroll, scroll. Yo, yo, yo. Nicht mit mir. Weitere Menschen, die, äh, untot sind und, äh, umgebracht werden wollen. Irgendjemand? Irgendjemand? Nein. Unsere Spitzsacke wird sich jetzt gleich schon wieder auflösen. Aber da wir drei Stück dabei haben, bin ich da gar nicht so ängstlich. Was so das, äh, fortfahren mit dieser Höhle hier zusammenhängen tun hat. Gedöns. Boah, ich fange so oft Sätze an und, äh, weiß gar nicht, wie ich sie beenden soll. Und ich sage dann wieder irgendeinen Quatsch. Aber das habe ich sowieso manchmal irgendwie. Das ist blöd. Aber man kann ja auch nicht immer seine Gedanken so, äh, in Worte fassen, wenn man so langsam und bedacht reden will, wie ich das hier mache. Und es sieht aus nach einer kleinen Untergrundschlucht, aber das ist es dann doch wohl nicht. Gut, weg. Ich hoffe, die Lava fließt uns jetzt hier nicht, äh, so. Gut. Weg. Wasser weg. Keiner mag dich. Da hinten tropft Lava durch die Decke. Kennt einer das Kunstwerk, wenn es durch die Decke tropft? Googelt mal danach. Ich, äh, hab da mal einen Bericht drüber gesehen und kann, äh, die Putzfrau, die das, äh, dieses Weg, äh, dieses Kunstwerk weggeputzt hat, nur loben dafür. Sie hat etwas Gutes für die Menschheit getan. Wirklich. Ich glaube, sie sollte einen Preis verdienen. Tatsache. Kohle. Mensch. Das ist so viel Kohle, die man im Moment findet. Ich habe aber letztes Mal schon, wow, ho, 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 ich habe gerade irgendwo etwas megamäßig erschreckt, dass sie irgendwo kreischt. Mann. Komische Kettensägen spinnen so krrk, krrk. Unnötig. Leute, unnötig. Immer so einen Stress in der Bude hier machen. Mann, Mann, Mann. So, ich bin jetzt erst mal auf Eisen aus. Denn da verbrennt ein Skelett oder irgendwas. Das ist schön zu hören. Ich hoffe, die Ingame-Sound sind nicht zu leise, dass ihr das jetzt nicht gehört habt. Aber egal. Ich sage es euch ja, dass es so ist. Ein bisschen Redstone. Schön. Gut, dass wir die Fackeln auf drei Plätze verteilt haben. Da erwische ich die auch immer. Erwische ich... Erwische ich die auch immer, wenn ich scrolle. Aber zum Beispiel hier den Kobbel, das ist... Oh, das ist so lästig. Aber ich bin so faul, eine neue Maus zu kaufen. Aber ich sollte es mal... Ich sollte die Sache mal anpacken. Ich denke, ich werde mir dann auch gleich eine bestellen. Irgendeine Billigmaus, die aber dann bitte nochmal ein Jahr oder so hält. Und die nicht so billig ist wie meine, natürlich. Denn das hier ist einfach nur das so, dass... Unnötigste war, was man an Maus so kriegen kann. Von Aldi mitgeliefert. Schande. So im Nachhinein betrachten ist es eine Schande, dass ich mit Aldi-PC gekauft habe. Weil den kann man ja nicht mal richtig aufrüsten. Denn meine Grafikkarte, die wird einfach nicht vollkommen ausgelastet, weil das Mainboard und der Prozessor einfach so schlecht sind. Oh, Mann. Kann man sich aufregen? Muss man aber nicht. Komm ran. Hi. 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 Ciao. Ähm. Was ich ja auch schön fände, aber... Ich will es jetzt natürlich nicht drauf anlegen. Wären Diamanten. Und natürlich massig Eisen. Scroll. Kohle. Ach, jetzt habe ich schon zwei Nachrichten in Skype. Wahrscheinlich eine Fun-Ware-Anfrage und eine Anfrage, ob ich LOL mitspiele oder so. Werde ich vielleicht mal gleich gucken. BZW, ich werde einfach dann gleich ein Päuschen machen, denn mir fallen auch keine ordentlichen Themen mehr ein. Und ich betone im Moment alles so schlimm. Ich weiß es nicht, warum. Na gut. Ich könnte jetzt noch weiter über meinen PC lästern, der eigentlich so schlecht ist. Aber ich habe ja den Großteil des PCs... Ach, Mist. Ähm, schon ausgetauscht. Bis auf das Mainboard und den Prozessor habe ich eigentlich... Ja, eigentlich alles neu. Ja, und Gehäuse und so weiter. Ja, wisst ihr ja. Na gut. So, jetzt werde ich mich einfach mal hier mitten auf dem Präsentierteller stellen. Eine kleine Mauer um mich zimmern. Und sagen... Okay, komm, das ist Pussyhaft. So. Und werde sagen, ähm... Ich weiß nicht, wie lange ich aufgenommen habe, aber ich hoffe genug, dass vielleicht vier Folgen bei rauskommen. Und genug, dass ihr wieder ein bisschen amüsiert seid auf dem Stand der Dinge. Und natürlich auch wieder ein bisschen Minecraft gesehen habt. Ein bisschen Minecraft Gameplay, ein bisschen Minecraft Let's Play. Und ja, wir werden uns dann bald wieder sehen mit neuen Videos, die ich dann auch produzieren werde. Und hoffentlich wieder regelmäßig uploaden kann. Also, man hört sich, man sieht sich. Bis dennne.